Was ist der Kindergottesdienst? Seit meinem sechsten Lebensjahr besuchte ich allsonntäglich den Kindergottesdienst und lauschte gespannt auf die biblischen Geschichten, die dort erzählt wurden. Nach meiner Konfirmation war ich dann selbst Kindergottesdienstleiterin und habe aber auch in der Jungschar und in der Jugendarbeit Gruppen geleitet. Dabei war mir wichtig, dass Menschen von der Liebe Gottes erfahren. Die Gleichnisse und die Bergpredigt im Neuen Testament geben mir persönlich Orientierung für mein Leben und für meinen Alltag. Aus dem Glauben an Jesus Christus und an Gott schöpfe ich Kraft für mein Leben, für meinen oft stressigen Alltag und für meine vielfältigen ehrenamtlichen Aufgaben. Mir sind Menschen wichtig, besonders Kinder und Frauen. In einem Lied heißt es, du bist ein Gedanke Gottes, ein Genialer noch dazu. Und in diesem Lied spiegelt sich für mich die Liebe Gottes wieder. Und diese Liebe möchte ich gerne weitergeben. Also Liebe müssen wir dich gerne hören. Und das dich schön genügend nります. Also wir sehen uns mit der Lied ist, dass ein Kindesglopsom vom Strip bekommen. Und jetzt wollen Sie